Also, kurzes Resümee vom Gowering, sind wir Erster und Dritter geworden, das war eigentlich gut, da sind wir zufrieden, leider fehlen uns noch die Punkte vom Spa, das heißt wir sind in der Meisterschaft Vierter, aber es gibt hier einen Streicher, also Streicher bereinigt, wenn wir es netto ausdrücken wollen, sind wir Dritter, das wird einmal nicht stechert, aber wir haben Punkte gut gemacht, hoffen, dass ich mich bis morgen über Nacht steigere und ja.